Moin Leute, kleine Ankündigungs-Trailer von mir. Heute Abend um Viertel nach 8 beim Tupac auf dem Kanal gibt es wieder VR-News und Live-Talk. Heute darf ich zu Gast sein, ich freue mich riesig und ich würde mich mega freuen, wenn ihr alle zuschaltet. Heute Abend Viertel nach 8 beim Tupac. Den Link zum Livestream habe ich euch in der Videobeschreibung hinterlegt und jetzt freue ich mich natürlich auf euch. Heute Abend Viertel nach 8. Bis dahin! Vielen Dank!